herzlich willkommen zu einem weiteren video hier heute auf unserem kanal sofort und gleich ja also ich gucke heute morgen meine stats nach also ich bin aufgestanden immer wieder wie immer spät und dann gucke ich meine stats nach also gehe ich ganz normal auf fortnight tracker und guck dann nach meinem namen ganz normal also sug- YouTube gehe dann da drauf und dann sehe ich rank one okay habe ich gedacht okay gehe ich auf season 10 und dann solo du keine ahnung du scout aber solo 1439 top 500 rank one ja damit habe ich dann was rang 1 ja und von tiern rating ja bin ich momentan rank one also wenn ihr es mir nicht glaubt ich weiß jetzt nicht wie lange das noch sein wird weil es würde mich überholen einfach hier oben sofort sug- sofort YouTube eingeben und dann kommt ihr hier unten zu dieser tiern bewertung und dann rank one wenn es euch gefallen dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da schreibt was in den Kommentaren abonniert den Kanal und schreibt es nicht so an wenn es wieder ist fortnight über die wir werden sofort bis dahin haut rein und tschüss